Ja, eben habe ich noch eine Viertelpfeife gehört. Ich will mich auch noch einmal zeigen, da am Aussichtspunkt. Ich zeige auch noch einmal die tolle Kamera. Da kann man dann gucken. Ich stelle mich auch mal auf den Gitterrost. Zack, schon bin ich gelesen und dann haben wir schon einen schöneren Rundumblick. Moseltalbrücke, wunderschön. Ja und jetzt noch mal mit einem wunderschönen Blick auf die Moseltal-Bundesautobahnbrücke A61 hier. Kurz bei Koblenz. Schaut mal das Moseltal und mit ganz viel Fantasie kann man sie erkennen, unseren Stern, die Sonne, da hinter der Putze hat sie sich versteckt. Sie ist schon am Untergehen, aber faszinierend, was man da nun dazu im Tal erblicken kann. Die Mosel und da hinten dann die Steilhänge. Da wird dann Wäu angebaut. Da unten auch, wie man sieht, in den Auen. Schaut, wie schön das ist. Und da hinten haben wir noch blauer Himmel. Jetzt guck ich noch einmal da rauf, durch das Gehölz hindurch. Oh, die Sonne ist ja nicht schön. Guck einmal, wie es sich einmal indirekt beleuchtet tut. Wunderbar. Jetzt gehen wir noch einmal rauf, ins Himmelblau ist es nicht schön. Ein tolles Erlebnis. Euer MLN aus der Palze grüßt euch herzlich. Hoch die Hände, Wochenende. Bleibt gesund und positiv dem Tag begegnen oder dem Abend. Alles wird gut. Nina Ruge. Tschüss ihr Lieben, euer MLN aus der Palze. Man Antioch. Sieg noch mal notebook. Zwei бог ...